Also für uns ist diese Woche in erster Linie eine Woche der Arbeit, das heißt wir wollen liefern. Es soll ja auch ein Herbst der Ergebnisse werden und das wird es auch werden. Wir haben in dieser Woche auf der Tagesordnung stehen erstmal die paritätische Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ein sehr, sehr großes sozialpolitisches Projekt. Wir werden diese Woche in zweiter und dritter Lesung die Brückenteilzeit auch abschließen. Das ist ein weiteres großes sozialpolitisches Projekt und wir haben gute Kita auf dem Programm stehen. Und dafür ist unsere stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nadine Schön zuständig. Und weil uns das Projekt so wichtig ist, wollten wir da einige Sätze mehr drüber verlieren. Ja, vielen Dank. Wir haben ja als Union das Thema Familien in den Mittelpunkt dieser Legislaturperiode gestellt. Das haben wir im Wahlkampf versprochen und das halten wir natürlich auch. Wir haben angefangen damit, dass wir vor vier Wochen das Portal freigeschaltet haben, dass die Menschen das Baukindergeld beantragen wollen. Letzte Woche hatten wir dann im Bundestag die Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibetrag. Und diese Woche im Bundestag in erster Lesung das Gute-Kita-Gesetz. Gute-Kita-Gesetz, worum geht es? Eltern wollen, dass ihre Kinder gut betreut sind. Wer selbst kleine Kinder hat, ich habe auch zwei, der weiß, dass die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertageseinrichtungen, in den Krippen und in den Kindergärten wirklich eine ganze Menge leisten. Sie haben sehr vielfältige Kinder, die ganz unterschiedliche Förderbedarfe haben. Sie wollen sich mit jedem Einzelnen auch beschäftigen können, trösten, Mut machen, fördern, mit ihnen sprechen. Und wir wissen, dass leider viel zu oft viel zu wenig Zeit für das einzelne Kind bleibt. Wir wollen spezielle Bewegungsangebote, gesunde Ernährung. Und all das sind zu Recht die Anforderungen, die Eltern an eine gute Kinderbetreuung haben. Und wir werden als Bund künftig die Länder und Kommunen dabei unterstützen, und zwar mit einer ganzen Menge Geld. 5,5 Milliarden, das sind 5.500 Millionen. Mit 5.500 Millionen werden wir Länder und Kommunen bei dem Thema Kinderbetreuung unterstützen. Und was uns als Union wichtig ist, sind drei Punkte. Zum einen sind wir immer der Meinung, dass wir Wahlfreiheit und Vielfalt brauchen. Das heißt, wir werden nicht ein Modell allen Ländern überstülpen, sondern die Länder können selbst entscheiden, wo sie ihre Schwerpunkte setzen. Das kann das Thema Fachkindsschlüssel sein, das kann das Thema Stärkung der Leitung sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das können auch das Thema Tagespflegepersonen sein. Der zweite Punkt, der uns wichtig ist, ist, dass das Geld auch ankommt. Wir wollen nicht, dass mit den Geldern Haushaltslöcher in den Ländern gestopft werden, sondern wir wollen von den Ländern ganz konkret wissen, wo steigert ihr die Qualität in den Kindertageseinrichtungen, wofür wird das Geld eingesetzt. Und da wird es auch Vereinbarungen mit den Ländern geben. Und der dritte Punkt, der uns wichtig ist, ist, dass tatsächlich was an der Qualität verbessert wird. Wir haben zwei Elemente in diesem Gesetz. Man kann Gebühren reduzieren. Auch das ist in verschiedenen Ländern wirklich notwendig, weil hier sehr hohe Gebühren vorherrschen. Aber wir sind auch als Union der Meinung, dass wahrscheinlich jedes Land auch Bedarf an Qualitätsverbesserungen hat. Und deshalb wollen wir eben auch, dass in allen 16 Bundesländern tatsächlich die Qualität verbessert wird, weil uns eben auch die Kinder am Herzen liegen, weil wir sehen, dass wir gerade in den ersten Jahren sehr viel für ihre Förderung machen können. Und weil wir wollen, dass die Eltern auch ihre Kinder einfach gut betreut werden wollen wissen. Und deshalb 5.500 Millionen für eine gute Kita-Betreuung und für eine Beitragsreduzierung. Das ist unser Beitrag als Bund und wir erwarten von Ländern und Kommunen, dass sie auch da das genauso umsetzen und vielleicht noch eine Schippe drauflegen. Ja, ansonsten haben wir, das hat jetzt nichts mit Gesetzgebungsarbeit zu tun, haben wir einen europäischen Gipfel. Es ist so, dass wir morgen dazu eine Regierungserklärung haben werden. Das ist auch ganz wichtig, weil bei all dem, was hier in Deutschland passiert, ist Europa in den letzten Wochen und Monaten ein wenig aus dem Fokus geraten. Wir werden uns auf diesen Gipfel, die Regierungschefs, werden sich mit dem Thema Migration beschäftigen. Das ist für uns ein Kernthema, das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir da eine europäische Lösung hinbekommen. Es wird über den Brexit geredet werden. Wir sind da leider mit den Vereinbarungen nicht so weit, wie wir uns das vorstellen werden. Und wir werden vielleicht auch, nicht nur vielleicht auch, sondern ganz sicher über Italien reden müssen. Wir blicken mit einiger Sorge nach Italien, insbesondere wegen der Haushaltsvorschläge, die da momentan im Raum stehen, das zum Thema Europa. Am Freitag wird es einen Antrag geben, und das ist uns als CDU, CSU-Fraktion sehr, sehr wichtig, zum Thema Religionsfreiheit. Religion, das persönliche Bekenntnis, ist eines der wichtigsten Freiheitsrechte, das ein Mensch hat. Das ist auf der Welt leider gefährdet. Und deswegen werden wir da nochmal einen ganz besonderen Akzent setzen. Dabei geht es nicht nur um Christen, sondern es geht um alle Religionen. Religionsfreiheit für alle Religionen ist ein wichtiges Thema. Wir werden dazu einen Antrag haben und wir werden das auch entsprechend weiterhin begleiten.